WOOOOO! Willkommen zu Hause! Wie nah sind wir? Sehr nah. Wir erreichen den Hafen vor Sonnenuntergang. Holt den Kopf von Gagarensis! Macht ihn am Bug fest! Ja, Herr! Welch Druck ist dies? Das ist Gemsitzkopf! Alcantos! Atlantis! Nein! Schnell! Errichtet einen Stützpunkt an der Küste von Atlantis! Nein! Was mag da wohl passiert sein? Oh mein Gott! Und wir werden es nie erfahren, denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Age of Mythology! Okay, ausschiffen tue ich nochmal ganz kurz hier. Moment! 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 Ne! Landeinheiten und alle Transportschiffe? Wo gehen denn die- Oh! Da gehen die Meteoriten runter! Hat uns ja nichts getroffen! Oh! Hier sind die Meteoriten runtergegangen! Oh! Fuck! 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 Ich bin gerade überfordert! Wenn man es noch nicht merkt! Okay! 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 Alles gut! Alles super! Ja! Perfekt! Und so! Perfekt! Okay! Und an dieser Stelle mache ich jetzt wirklich eine Pause! Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von Let's Play Age of Mythology! Bis dahin und tschüssi! Hallo! Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Mythology! Wir werden dieses Let's Play jetzt zum Ende bringen! Denn... Wir werden zuhause ganz fröhlich willkommen geheißen! So! Und wo müssen wir denn? Was müssen wir denn? Ich bin ihnen noch erklären, ich bin nicht verwirrt... Ah! Okay! Leuchtturm ist down! Ach! Hier hätten wir auch bauen können! Na gut! Dann... Äh... Greifen wir doch gleich mal hier das Tor an! Einfach nur so, weil wir es gerade können! Und dann ziehen wir uns doch nochmal zurück! Die Walküre geht mal hier und befreit mal die Schafe! Und ihr! Rettet so viele Atlanta wie möglich und bringt sie von der Insel! Okay! Ah! Hier ist noch eine Festung! Die ganzen Schafe gehen jetzt mal kurz hier hin! Wir müssen uns gerade erst noch organisieren! Und... Wo sind denn... Hier sind meine zwei Katapulte! Die gehen auf die Festung! Die ganzen Riesen gehen auf die Festung! Wo gehst mit auf die Festung? Und ihr... Lebende Belagerungswaffen! Auf die Festung! Und Akandos, der muss mit! Okay, wir müssen Atlanta retten! Und dazu die Festungen zerstören! Das werden wir schaffen! Wir haben hier einen Speer, der kann jetzt hier schon mal durch! Wir werden jetzt mal ganz vorsichtig mit dem hier das Gebiet erkunden! Wow, okay! Gut, dass wir das gemacht haben! Denn jetzt kriegen wir hier gleich auf die Schnauze! So, rennen! Und jetzt werde ich mal anfangen, unsere Dorfbewohner hier... ähm... schön... zu verteilen! Und noch ein paar mehr machen! Das haben wir auch alles! Gut, gut! Katapulte hierhin! Und die ganzen Pegasusse sollen hier mal das Gebiet erkunden! Ganz langsam! Aber wir müssen uns erst... bisschen sammeln! Ich... komm grad schon wieder nicht klar! Pfff! Falls ihr das noch nicht gemerkt habt! Oh, oh! Hier ist die nächste Festung! Wie könnten wir eigentlich schon kaputt rennen? Aber ich will erst mal kurz gucken, wie die Insel aussieht! Und wie es am meisten Sinn macht! Ah, aber dann ist das doch noch nicht das letzte Level! Dann müssen wir jetzt erst die Atlanta retten! Cool! Okay, da ist die Festung! Da ist ein Hafen! Oh, oh, oh! Schiff, 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 Schiff! Wir fliegen jetzt einfach mal hier einmal rum, damit wir wissen, wo was ist! Wow, okay! Oh! Die hatten ein Ding ins Ding! Fiech! Ein Happy Hippo! Okay, und ihr fliegt jetzt alle drei hier direkt zurück! Und das greift uns da an! Ach, sie haben die Festung gefunden! Wie sind die automatisch von hier nach da hinten? Und warum sind die Katapulte nicht mit? Oh, vielleicht hat sie da irgendwie ein Speer hingeführt oder so! So, alles niedergemetzelt! Dann bitte wieder zurück! Können wir diese Flaggen hier nicht irgendwie vernichten, Nägel? Wow, jetzt haben wir hier eigentlich einen... ... ganz guten Überblick! Und Dorfbewohner haben nichts zu tun! Und natürlich ist die Armee zu langsam, um hier irgendwas zu retten! So, und jetzt lasst euch mal wieder alle heilen! Und ihr beide bleibt hier hinten! Gibt's auch hier! Die Schafe kommen näher zusammen! Und die Pegasusse lassen sich auch... ...heilen! Nein! Die wollen dem Speer immer nachrennen! Äh, wir werden jetzt gleich mal... ...angreifen, würde ich sagen! Was habt ihr beide denn hier? Ihr lagert mal ab und baut mir einen Tempel! Und zwar hier drüben! Und ich hab grad Angst, dass uns hier auch noch eine Festung überraschen wird! Wow, und... ...die greifen schon richtig an! Ja... Aber na gut! Das werden wir jetzt auch gleich tun! Hier gibt's noch Gold! Aber Festung ist nicht... Schafe! Und ein Hafen? Ne! Perfekt! Okay, dann würde ich sagen, wir marschieren erstmal langsam aber sicher vor! Hier haut hier auch mal rein! Obwohl, nee, du... ...machst mal den! Und du... ...machst mal den! Und du gehst bitte hier mit! Wir gehen alle wieder zurück! Ihr seid Landanheiten! Ihr werdet sonst nämlich gleich sterben! So, jetzt könnt ihr... Du machst den Turm und du machst den Turm! Und ihr geht bitte den Katapulten aus dem Weg! Und ihr hier vorne macht jetzt alle das Tor! Das Tor! Das Tor! Das ist gar nicht so einfach, die alle zu koordinieren! Okay, die Festung da vorne stürmen wir als erstes! Wow, 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 wow! Zurück! 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 Hier zwei noch! Okay, und jetzt durch auf die Festung, wenn's geht! Und da kommt wieder ein Einzelner! Wuhu! Ne, wir randalieren jetzt mehr hier ein bisschen! Okay... Hier ist nix mehr! Hier wird jetzt bestimmt noch ein Dorfzentrum oder ähnliches daneben stehen! Los geht's! Let's go! Wenn wir hier alles zersprengt haben, dann haben wir schon mal einen sehr guten Standpunkt, sag ich mal! So! Und jetzt bitte Randale! Dankeschön! Und euch! Ihr sollt einfach mal ganz schön unauffällig schnell hier hin! Okay, jetzt können wir die Pegasus auch schon hier reinschicken! Ihr bitte die Gebäude zerstören, wenn's geht! Nein, nein, nein! Meine Katapulte! Rettet die Katapulte! Oh Gott! Fuck, 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 fuck! Nicht die... Nein! Nicht die Katapulte! Nicht die Katapulte! Nicht die Katapulte! Nicht die Katapulte! Okay, das Katapulte ist so gut wie tot! Und wir kriegen hier ganz schön ganz schön was ab, aber ich glaube wir schaffen das! Du machst mir hier kurz das da! Damit die keine Einheiten mehr machen können! Oh, hier! Bitch Battle! Okay, das läuft, das läuft, das läuft! Aber wir müssen hier nebenbei jetzt mal ein bisschen für den Nachschub sorgen! So, du machst hier noch Holz! Moment, und ihr baut mir jetzt... Ihr baut, was das Zeug hält! Okay! Hier alles super! Hier alles super! Ihr habt hier alles! Ihr könnt hier noch ein bisschen angreifen! Okay! Dann... lassen wir meine ganzen Einheiten hier noch zusammen! Achso, ne, der ist noch nicht tot! Okay, und jetzt geht mal alle hier zusammen hin in die Mitte. Und lasst euch heilen. Hier ist sehr gut, hier hinten kann noch was passieren, aber ich hoffe einfach mal, dass hier nichts passiert. Wenn doch, dann wirst du hier eine Mauer hinbauen. Damit die Dorfbewohner sicher sind. Ja, doch wir sollten die schon noch zerstören, oder? Nee, komm, wir retten die Atlanta. Apropos Atlanta. Wir bringen die mal hier auf die Insel. Wo ist das nächste? Hier hinten. Ja, der kann uns wurscht sein. Der dagegen nicht. Der muss sterben. Wir nehmen jetzt einfach alles auf den Weg mit, was wir vernichten können. Ach, Pegasus haben wir hier noch. Du fliegst mal hier hin, du fliegst mal hier hin. Du fliegst aber drüber. Und du fliegst auch drüber. Turm. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Wir kommen voran. Ah ne, hier. Auf das Tor. Ähm, falls sich ein paar von euch interessieren, warum immer aufs Tor und nicht auf die Mauertore sind einfacher zu knacken als Mauern. Die sind nicht so schwer. Ein paar von euch bitte auf die Hüe drin. Und du, kleiner Käfer, machst das Boot kaputt. Nein, dann machst du, kleiner Käfer, jetzt das Boot kaputt. So, die versuchen jetzt hier vorzugehen. Und wir sollten wieder auch zurück in unsere Stadt, um zu schauen, dass wir uns wieder neu formieren. Denn hier wartet noch eine Festung. Hier wartet noch ein Tempel. Hier warten... Boah, Türme.